mal schauen was drin steckt los geht's ja hallo seid herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal wir schneiden wieder 28 wir machen die steine erst mal wieder nass und schauen mal ob wir daran was erkennen können stein nummer eins ja da hat hier so zwei flecken dran das sind nicht wirklich fenster sondern man sieht eher so ein bisschen was von innen könnten auch risse sein die farblich angelaufen sind am stein und ansonsten ist da nicht viel dran zu sehen ist ein bisschen flach gedrückter stein mit tropfen form ja hier ist noch ein fleck aber da kann man nicht wirklich raus schließen was im stein drin steckt ja und stein nummer zwei hat hier so eine große abplatzung an der seite und da sieht man so eine schöne struktur sieht ein bisschen aus wie so ein golfball ja sonst hier ist noch so ein bisschen art fenster aber viel sieht man nicht vielleicht eine leichte bänderung aber vielleicht auch nicht schwer zu sagen ja hier an der seite ist noch so ein bisschen was vom stein abgeplatzt aber das sieht man auch nicht wirklich was drin ist wir sägen die beiden mal auf und schauen mal rein was drin steckt unser stein nummer eins hat sich super schneiden lassen ihr seht das ist ein richtig schöner gerader schnitt mal schauen was drin steckt los geht's naja nicht so schlecht ja das ist wieder mal ein stein mit viel quarz drin und einer kleinen kristalldruse einer waagerechten bänderung und einer ganz leichten umlaufenden bänderung aber nicht sehr viel ja und hier innen drin erkennt man auch noch so ein bisschen im quarz noch mal so ein bisschen andere verfärbung ja und das gegenstück sieht ähnlich aus ist ein hübscher stein kein erste klasse stein das steht fest dafür fehlt die bänderung und oder schöne kristalle wir schauen mal was die nummer zwei bereithält ja unsere nummer zwei hat sich auch gut schneiden lassen hat ein paar kleine abplatzer hier oben bekommen ansonsten das sieht richtig cool aus hier mal schauen was drin ist wir schauen mal rein die sind wieder mal beide ähnlich heute ja das wird wieder eine schwierige entscheidung heute bei dem stein gefallen mit die farben hier unten sehr gut ja ist wieder eine quarz füllung diesmal mit etwas mehr achat ringsrum noch aber leider fehlt ja auch eine richtig schöne bänderung er ist sehr transparent der stein man kann ja so ein bisschen rein schauen das ist ziemlich cool wenn der geschliffen ist und poliert wird sich dieser effekt noch ein bisschen verstärken diese transparenz und ja vergleichen wir beide miteinander ja für mich muss ich sagen ist die nummer eins heute der gewinner einfach einfach der aufbau des steins die farben ein paar kleine kristalle in der mitte und diese wenigstens gerade bänderung noch hier allerdings ist der auch nicht so schlecht die liegen schon sehr nah beieinander finde ich aber mein favorit ist die nummer eins schreibt mir mal in die kommentare welcher stein euch besser gefällt und warum das ist ja bei den beiden jetzt nicht so eine leichte entscheidung sind jetzt nicht so die mega hammersteine so dafür fehlt mir einfach die bänderung oder wenigstens ein paar schöne große kristalle aber trotzdem sehr schick ich denke mal nach dem polieren sehen die auch noch mal ein bisschen anders aus und noch viel schöner ja dann bleibt schön gesund und bis zum nächsten video macht's gut wirklich schön ja